Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Ich werde heute gegen den Basti spielen und ja, mal sehen was da so kommt. Ähm, ja, irgendwie hängt das so ganz dezent, so kommt es mir fast vor. Aber wir sehen mal weiter. Ich fordere den Basti mal heraus. Mal sehen wie das wird. So, fangen wir mal mit was älterem an. Ein älteres Deck. Probieren wir den mal wieder aus. Ja, im Ladebildschirm hängt das ja, das werde ich rausschneiden dürfen. Ich will aber nicht die Musikanten bezahlen. So, Anduin gegen Uta. Basti spielt wie fast immer seinen Parler. Das Licht wird den Sieg bringen. Oh. Oh Mann, da schweißt man eine 5er Karte weg und kriegt der 9er wieder. Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Möge das Licht euch verbrennen. Im Namen des Lichts. Das war's. Bester Sitzplatz aller Zeiten. So. Stellt euch dem Licht. Aber ich fand den Anfang gar nicht schlecht. Ich hab das Schwert auch im richtigen WoW-Pferde gehabt. War witzig. Ja. Leider als Hordler nicht bekommen war. Vielleicht mich direkt erinnere. Weiß ich auch nicht mehr. Ich zieh nur Schrott. Und der zieht schon wieder alles, was er braucht. Das war's. Ich verrate's. Niemandem. Oh, hätte ich nicht eine Runde vorher spielen können. Den hab ich gerade erst gezogen. Ihr wurdet gebobt. Ach klar, Lichtmann. Hör mir doch auf. Ich komm mir gerade etwas verarscht vor. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Lasst mich eure Meinung ändern. Das war's. Okay. Oh. Oh, nee. Nicht das Mistviech. Welte mich zum Dienst. Ich wünsche dem Viech so ganz dezent den Tod. Ich mag den Murloc. Get rekt. Du sollst einen Hossi geben. No. Der Murloc ist assi. Ach komm, die Runde läuft schon wieder total behindert. Was willst du eigentlich? Unwürdig. Get rekt. Nein. Salz und Pfeffer. Erfolg, ne? Ja, so ungefähr. Ja, das war nur Salz, ne? Ach ja, Hand auflegen. Sonst noch Wünsche. Ja. So. Ähm. Holy Nova. Puh. Oh. Natürlich. War ja wieder klar. Nehmt das. Ach ja. Jetzt stirbt er sowieso. So. Aber. Schon mal schön, dass ich wieder ein bisschen Luft habe. Melde mich zum Dienst. Ja, das geht alles noch. So. Wollen wir mal sehen. Ähm. Fangen wir damit an. Oh, voll klar. Sollte es mir mal helfen, auch mal ein Gefahrigerplatz zu machen. Oh. Eure Magie wird euch nicht dreck. Das war's. So. Hm. Ungünstig. Aber nicht unbedingt. Ein Schuss. Ein Reiter. So kriege ich den schon mal weg. So. Einsatz bereit. Oh, das ist ja cool. Noch einer. Ich hoffe jetzt nicht, dass du schon die zweite Weihe auf der Hand hast. Das war jetzt nur spekuliert. Sprech. Und ein Yeti. Ramon Kramer. Und ein Yeti. So, jetzt kommt es schon. Jawoll! Das bringt mir irgendwie nix Das bringt mir auch nix Das bringt mir das noch am meisten Das war's Brems Ach komm schon Runter Komm schon Really So Ich find die Karte so geil Na komm spiel dein SDK auf deinen verkackten Yeti So Das war's Hm Hm Jetzt kommt der zweite echte World Champion Helde mich zum Dienst Was ihr wolle Einsatzbereit Doch so Hast ja nicht so schon gewonnen ne? Blatt So das war die erste Runde Die geht an Basti Bis zum nächsten Mal